Minervina di Lecce Minervina di Lecce befindet sich im südlichen Salento, wenige Kilometer südlich von Otrudo. Das Gebiet gehört zur Vereinigung der Gemeinde der östlichen Küste, zusammen mit Ortele, Castro und Santa Cesaria Derno. Unter seinen Ländern gibt es zahlreiche Megaliten, die ahnen lassen, dass der Mensch in dieser Ortschaft schon während der metallen Zeit lebte. Suggestiv ist das Land, das sich um die Ortschaft erstreckt und sich in die Olivenhaine bis hin zu den Ortschaften Specagallone und Kokumula verzweigt. Die grünen Felder, von alten und rüchernden Bäumen charakterisiert, synthetisieren völlig die Wirtschaft des Orts, die stark mit der landwirtschaftlichen Ausrichtung verbunden ist, besonders für die Öl-, Wein- und Getreidezeugnis der Produktion. Man kann die Architektur der ländlichen Zivilisation auf den Ländern von Minervina sehen, wo man die suggestiven Trockenmauerwerke findet, die im Laufe der Zeit von den geduldigen Händen der Bauer des Orts gebaut wurden. Man kann auch die sogenannten Pallare bewundern, typische salentinische Bau, die errichtet wurden, um die landwirtschaftlichen Geräte aufzubewahren oder sie wurden als Sommerwohnorte benutzt. Andere Sehenswürdigkeiten charakterisieren auch die östliche Küste, wo der Küstenturm in Minervino auf der Strasse Otranto Santa Cesaria Therme entsteht. Der Turm wurde im 16. Jahrhundert während der Regierung von Karl V. aus Augsburg auf Kosten der alten Universitas von Minervino gebaut. Heute ist ja Reiseziel zahlreicher Touristen geworden, die wunderschöne Bilder der Landschaft machen wollen. Minervino di Lecce ist eine Ortschaft zu entdecken und sozusagen auch zu schmecken. Die ländliche Tradition mischt sich nämlich perfekt mit der önologischen und kulinarischen Innovation, besonders dank der ausgezeichneten Weinkennereien, die das Gebiet zu beleben scheinen und werden dank ihrer Qualität von wichtigen italienischen und ausländischen Bewunderern erkannt und anerkannt. Die Spontanität der Orte und die Vokation für den Empfang machen Minervino eine blendende Ortschaft vom wichtigen historischen und künstlerischen Denkmäler und bestimmt auch von der Freundlichkeit ihrer Bewohner und von der Professionalität der Reiseunternehmen verziert. ZEB-Präsidentin 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 Untertitelung. BR 2018